Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das muss hormonell bedingt sein. Ich kann das nicht. Auch Hormone sind lernfähig. Glaub mir. War heute eigentlich irgendein Anruf für mich? Wer sollte schon für dich anrufen? Gilles Sandemann vielleicht? Habe ich dir doch erzählt. Die Frau von der Modefirma, die ich in Bayern kennengelernt habe. Ich habe der Skizzen zugeschickt und die wollte sich um 11 Uhr melden. Kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Wie auch? Du bist ja voll oft damit beschäftigt, dein elterliches Erbe in ein Zentrum für Döner und Knoblauchjoghurt zu verwandeln. Busch? Ja, hier Jenny Busch. Ja, ich warte. Das habe ich doch nur gemacht, damit wir mehr Zeit füreinander haben. Frau Redeker? Ja, hier Jenny Busch. Freut mich, dass Sie sich melden. Haben Sie meine Entwürfe bekommen? Nein. Ja. Ich verstehe Sie nicht. Können Sie lauter? Nein, hier bei mir. Moment. Scheiße im Akku. Kannst du mal den Lärm abstellen? Ja, ja. Hallo? Ja, es tut mir leid. Ähm, okay. Ja, gleich. Ich ruf sofort zurück. So Mist ausgerechnet jetzt. Gleich zweite Wurzel aus X minus 1 plus 2 geteilt durch 3. Klammer auf. X minus 1. X minus 1. Was? Ich glaube, selbst Lottozahlen klingen bei dir erotisch. Du hast vielleicht Nerven. Den Schreck, den du mir eben eingejagt hast, packt keine Kurvenfunktion. Also nochmal. Zweite Wurzel aus X minus 1 plus 2. Willst du denn nicht wissen, warum ich hier bin? Mann, ich komme immer raus. Mich interessiert vor allen Dingen, warum sich dann nicht mein zweites X hier verdrückt. Ach, vergiss den ganzen Schrott. Den kannst du dir bald an die Wand nageln. Ich habe zentrale Neuigkeiten für unsere gemeinsame Zukunft. Also sag schon. Was bringt die Zukunft? Gibt es ein Leben nach der Integralrechnung? Na und ob. Pöppers ist gerade dabei, die alten Leitungen rauszureißen. Es geht los. Klingt ja großartig. Ich dachte, wir brauchen neue Toiletten und keine neuen Leitungen. Mensch, Svenja, das ist sowas wie der erste Spatenstich. Jede weitere Minute bringt uns unserem Ziel näher. Unser eigenes Geschäft. Verdammt, müssen die so einen Lärm machen. Ach, das machen sie ja nicht die ganze Zeit. Die mussten nur gerade die Rohre freilegen. Ist halt blöd gelaufen. Ach ja? Und zu Frau Redeker soll ich auch sagen, ist halt blöd gelaufen. Sie haben doch schon aufgehört, hm? Ich hab ihnen gesagt, sie sollen eine Pause machen und jetzt kannst du doch zurückrufen. Sehr freundlich. Frau Redeker? Ja, es hat aufgehört. Tut mir wirklich leid, dass wir unterbrochen wurden. Echt? Das ist ja toll. Ja, ja. Nein, kein Problem. Nach München? Nein, nein, mein Sohn ist bestens versorgt. Okay, bis dann. Tschüss. Was ist denn mit München? Willst du jetzt auf Lederhosen umschulen, oder was? Wir haben meine Sachen gefallen. Und das ist eine erstklassige Adresse, nicht irgendeine Klitsche mit zwei gelisten Nähmaschinen. In drei Tagen soll ich bei ihr auf der Matte stehen mit neuen Entwürfen für Wintermode. Ich muss völlig bekloppt sein, das schaffe ich nie. Ach, jetzt mach dich doch nicht verrückt. Ich kenne doch das Spiel. Die Trulla sagt drei Tage und rechnet mit sechs. Wegen so ein paar Ski-Haserl-Fummel. Musst du jetzt nicht in Panik machen. Das mal wieder typisch. Einerseits ganz toll, dass Frauchen was um die Ohren hat, aber eigentlich findest du meinen Job albern. Wenn ich gewusst hätte, dass du heute in Goldwaage machst, natürlich akzeptiere ich... Ah, ist doch wahr. Ich stelle mich doch auch nicht hin und erzähle anderen, dass mein Mann irgendwelche Juppie-Schleudern an Möchtegern-Aussteiger verscherbelt. Ach komm, Jenny. So warst du doch nicht gemeint. Dann nimm mich gefälligst auch ernst. Schon gut, schon gut. Guck mal du dich um deine Hinterkollektion. Und ich falte Max's Klamotten auf Bierdeckelformat. Hey, Marco. Tschuldigung. Du weißt doch, dass ich wert auf deine Meinung lege. Das hat sich aber gerade nicht so angehört. Ja, eben gerade weil ich so viel Wert drauf lege, macht es mir was aus, wenn du es so locker nimmst. Hey, ich brauch dich doch. Irgendwann muss sich doch um Maxi kümmern. Ja, ja. Du meinst wirklich, wir sollten jetzt am Nachmittag? Und ab. Entschuldigung, aber die Tür war offen. Wir waren gerade... Habe ich gesehen. Oh, für mich. Für unser Geschäft. Wie bei meinem Freund Osman in der Südstadt. Mhm. Habe ich dich mal mitgenommen zu ihm? Genauso sollten wir das auch machen. Oder hier. Sag mir, dass das nur Spaß ist. Ich bin ja bitte. Silo, diese Wantebüsche sollten wir auch für unser Lokal nehmen. Nein, unbedingt. Ich höre immer unser Lokal. Ja, weißt du, wenn es bei uns um Familie geht, dann heißt es immer unser. Unser Hof, unser Auto, unser... Ist dir das noch nie aufgefallen? Dann gib mir mal unser Mathebuch. Ich mache nebenan weiter. Ja. So, dir... Was ich dich heute Morgen schon fragen wollte. Wie heißt eigentlich dieser Mensch, von dem du den Kredit hast? Bin ich zufällig Ismail Özkan Türk? Wie kommst du denn da drauf? Naja, hört sich fast so an. So wie dein Onkel sich hier einmischt. Ach so. Nein, warte mal. Wie... Wie ist der Sachbearbeiter der Kommune? Noch mal. Der hieß... Der hieß... Mänsel. Genau, Mänsel hieß der. Und naja, mein Onkel, du kennst den ja. Ja, ich kenne ihn. Deswegen solltest du ihm klar machen, dass er sich hier raushalten soll. Hey, ich bin's. Na, alles im grünen Bereich? Wir sind deine Alten immer noch stinkig. Ich gebe ja zu, dass ich Kohlemäßig im Kleinen hänge. Aber am Samstag ist die Lotto-Zierung. Bitte, Felix. Nicht mit dieser Tür, ja. Okay, ganz ernst. Ich werde mir bei Töppers einen Job suchen. Wir kriegen die 1.5 schon zusammen. Kleinvieh macht auch was. Ja, er hat, was er wollte. Und jetzt lass mich endlich in Ruhe. Was heißt, er hat, was er wollte? Hast du eine Autobombe? Oder hast du... Bist du mit ihm in die Kiste? Ist es das? Sag endlich! Ich sag lieber nichts mehr. Hey, der lässt doch 1.5 nicht sausen wegen deinen schönen braunen Augen. Wie oft darf der nicht denn bumsen? Ja, es ist ja bekannt, dass Grammer exzentrisch und unpünktlich sind. Aber unser Felix fängt mitwischen sehr früh damit an. Felix? Der schlägt zu oft aus der Reihe. Bei dem wundert mich nichts. Nur, dass Tom noch nicht da ist. Sagen Sie mal, dürfen Sängerinnen eigentlich auch Vorschläge machen? Ich meine, was die Auswahl der Songs betrifft. Sicher? Kennen Sie Listen to your heart von Roxette? Listen to your heart When he's calling for you Listen to your heart There's nothing else you can do I don't know where you're going And I don't know why But listen to your heart Before you tell him goodbye Gibt's da vielleicht irgendwelche Erinnerungen, die Sie mit dem Stück verknüpfen? Ja, raten Sie mal. Du, ich hab gleich Probe. Müsstest du nicht bei Sylo sein? Die Arbeit stockt, es wird pausiert. Außerdem, auch Installateure brauchen Zuwendung. Hab mich nach dir gesehnt. Ich mich auch. Wir proben gleich. Nur ein kleines Küsschen ist doch wohl noch drin. Hey, doch nicht hier. Ach, äh, falls Sylo nach mir fragen sollte, ich bin nur mal kurz in der Werkstatt. Komm aber gleich wieder. Oder hast du vielleicht ein Verdichtungsring im Eisfach? Hau rein, Josef. Ich komm nachher noch mal runter und gebe einen aus. Ja, ist ein guter Vorschlag. Alter, wird langsam Zeit. Kann schließlich als Musiker meinen Groove nicht ewig konservieren. Hallo, Paula. Ja, tut mir leid, dass es so spät geworden ist, aber im Lädchen war die Hölle. Oh, Mist. Oh, Mist. Oh, Mist. Die Eier vergessen. Egal. Dafür hast du freie Auswahl. Im Kühlschrank sind noch Würstchen. Ich kann dir auch Macaroni machen. Ich habe keinen Hunger. Sagst du jetzt. Aber weißt du was? Ich mache uns Empanadas. Wetterteig ist noch da. Willst du? Wenn du willst. Na, komm rein. Paula. Was ist denn los, hm? Mir kannst du doch alles sagen. Hast du eine Arbeit vergeigt? Und wenn schon. Nein. Es ist wegen Heinz. Du darfst ihm doch seine Sprüche nicht übel nehmen. Du kennst ihn doch inzwischen. Außen harte Schale, innen weich wie eine Quarktasche. Und mit seinen alten Zeugnissen wird er dir sicher nicht drohen. Also, ich dir helfen kann. Ich kann mir das schon selbst helfen. Na gut. Schluss mit dem Gequatsche. Ich mache uns jetzt ein paar gepfefferte Empanadas, gegen die jede Feuerwehr machtlos ist. Oh Gott. Oh Gott. Also, ich mache dir das. Auf geht's. Zum trash. Nein. t Musst du auch Schneemänner anziehen. Natürlich nicht, du Blödmann. Das mache ich nur zwischendurch zur Einstimmung. Aber davon verstehst du nichts. Entschuldige. Schon gut. Du hast ja recht. Aber von Pausen verstehe ich was. Das lebt von dir. Stell dir mal hin. Ich mache nur die Zeichnung fertig. Kommt gar nicht in Frage. Zu einer richtigen Pause gehört nämlich auch Entspannung. Sag mal, hast du nichts zu tun, oder was? Du weißt ja, dass ich Termine habe. Solche Chancen gibt es nicht im Dutzend, Marco. Das gefällt uns. Und was ist jetzt mit dem Tee? Tja, weißt du, der muss ja bekanntlich wahnsinnig lange ziehen. Und da dachte ich mir, dass wir in der Zwischenzeit ein bisschen... Das wird was. Das wird was. Sag mal, warum entwürfst du eigentlich keine Dessous-Kollektion? Weißt du, diese Schneestrampler, zu denen habe ich überhaupt keinen Bezug. Aber... Aber zu Consagen und Strapsen hast du einen... Du mieser, kleiner, Ja, heute mache ich mal eine Ausnahme. Weißt du, es gibt Momente, da muss man einfach nehmen, was man kriegt. Ich bin ziemlich professionell, findest du nicht? Sorry, das noch. Stellst du dich morgen bei Starlight Express vor. Warum denn nicht? Wenn ich wage, dann nicht gewinnt. Und wer meine CDs zerkratzt, kriegt eine Rohrzange vor den Hals. Stand das so in meinem Ausbildungsvertrag? Sinngemäß. Scheiße! Ich glaube, da hat einer genug, ne? Vorsicht, dass er nicht ausläuft. Wenn ich mich recht entzinne, wollte heute ein gewisser Töppers bei mir alte Toiletten rausreißen. Ja, und dazu steht der gewisse Herr Töppers auch. Nur kam uns da ein gewisser Herr Busch in die Quere, nicht wahr, Sascha? Ja. Er meinte, es würde gerade nicht kombinieren mit dem Lärm. Und nach dem Hausbesitzer muss man sich ja schon ein bisschen richten. Da willst du mit deinen neuen Toiletten gleich wieder auf der Straße stehen, ne? Nein, natürlich nicht. Ganz meine Rede. Aber das wird doch rechtzeitig fertig werden, oder? Ach, klar. No problemo, für Töppers und Co. Wer was von der hohen Klempner-Kunst versteht, wird mir beipflichten, dass man mit Logistik und Planung auch die kniffligsten Terminsituationen meistert. Das weiß sogar schon der Sascha, ne? Aber hallo! Wir bringen jetzt noch kurz den jungen Mann hier an die frische Luft und dann wird das alte Buschklo pulverisiert. Wie fühlt das, Herr? Wer war denn sonst? Da haben wir neuerdings Personal. Weil du möchtest, kann ich so eine Infanade aufhärben. Kein Hunger. Ich hab heute mit Wagner geredet. Das ist vielleicht so ein High-O-Pie. Paula hätte ihren Platz in der Klasse gefunden. Also die Lehrer von heute, die reden fast anschlusslich Fußballtrainer. Fast hätte ich ihn gefragt, ob Paula im nächsten Jahr auch wieder Stammspielerin ist. Mann, 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 du die Akademiker von heute. Sag mal, hast du noch ja wohl Zigaretten? Unter der Garderobe müssten noch welche sein. Kann schon sein. Kann schon sein. Sie ist schon vollstunden in ihr Zimmer. Hat ihr Essen mitgenommen. Kann schon sein. Sind wir jetzt ne Filiale von der Pension Sieve nicht, oder was? Paula, schläfst du schon? Lass sie doch. Ich war dem Alter auch gern allein. Was macht sie denn da drin? Wieso? Woher soll ich das wissen? Paula! Oh, gut. Herr des Krieges und des Kampfes. Ich straf Vorbeck für sein schmutziges Geschäft. Ich schütze mich vor dämonischen Kräften. Paula! Achtet ihr auf! Paula! Aufmachen! Heinz, oh Gott, es ist ein, was hast du jetzt vor? Ich wirst sie gleich sehen. Ich bin hier los. Ich sehe wohl nicht recht. Einmal Bude ab, vergereift euch nicht. Das darfst du nicht. Das darfst du nicht. Oh, mein Gott. Das darfst du nur. Der Fluch. Jetzt ist die Strafe wenn sich gegen mich. Ich bin hier. Ich bin hier. Es wird viel passieren. Nichts bei mir gleich. Vernichtender Zauber. Heinz hat die Makumba zerstört und Paula hat Angst. Richtet sich der Fluch nun gegen sie selbst? Die Spannung steigt im nächsten Marienhof. Ich bin beim Alten nie gehakt. Bis zum nächsten Mal.